Alle Hände von der Lost Zone Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu SoFloschi und einem neuen Part von Need for Speed Underground 2 Ja, wir sind beim letzten Mal hier beim Stern stehen geblieben und starten natürlich dort auch weiter So, hey man, der Typ verschwindet gleich, wird zwar ein enges Ding, aber wenn du ihn in den nächsten zwei Minuten nicht erreicht, hast du Pech gehabt Ja, natürlich weiß ich nicht, wo er ist. Er ist drunten. Da fahren wir dann mal ganz fix hin. Ja, wir sehen, mein schöner Audi A3 hier. Was Neues. So, und ja. Ich könnte wieder so viel erzählen. Nur das Problem ist, den Pfad lade ich ja nicht heute hoch. Aber, naja. Irgendwas muss man ja erzählen. Wenn man nicht das erzählt, was denn sonst? Ja, wer hat gestern alles Champions League geguckt? Dortmund gegen Ajax. Dortmund hat 1-0 gewonnen. Durch Glückstor von Lewandowski, wie ich mitgekriegt habe. Und Real Madrid gegen Manchester United. 3-2 gewonnen. Ja, beides meine Favoritenmannschaften. Auf jeden Fall Dortmund, ganz klar. Und, ja. Wenn man gesehen hat, einige schon. Real Madrid natürlich auch. Aber, ja. War halt gestern. Ich wollte mir Dortmund angucken. Aber, ja. Irgendwie wollte das nicht so ganz. Die ganzen Server, die wollten mich nicht auflassen. Dementsprechend konnte ich das nicht gucken. Aber ich werde Wege und Mittel in die Welt setzen, damit ich Real Madrid gegen Dortmund sehen kann. Also, wenn ich das nicht sehen kann, drehe ich durch. Weil das ja ein Highlight-Spiel ist für mich. Du hast es aufs Titelbild einer Zeitschrift geschafft. Also, das musst du gesehen haben. Jo, voll fett. Mein A3 hier so billig getunt, ey. Speichern. So, wir sind natürlich da unten wieder. Und können hier unten auch gleich die... Ja, okay. Obwohl, da sind zwei Drift, sag ich schon. Zwei Dragrennen. Die Street X lasse ich, ehrlich gesagt, aus. Kein Bock zu und... Dann fahren wir da mal hin. Da kann ich nicht lang. Hier muss ich rein. Ja, morgen oder übermorgen kommt... Ja. Ihr wisst, Leute. Man, der in Parts denkt dran. Ich rede in der Vergangenheit. Ich denke mal, den Part werde ich hier erst in... Sieben, acht Wochen hochladen. Da ich vorab aufnehme, um halt sicher zu sein, dass ich die ganzen Videos schon habe. Falls das Spiel abstürzt. Aber das kennt ihr ja alle, denke ich mal. Oder einige selber. Oder dementsprechend nehme ich schon vorab auf. Scheiße. Ja, das war ein bisschen zu früh gehofft. Und natürlich machen wir das Ganze nochmal. Die schaltet total scheiße, merke ich gerade. Nein, was mache ich denn noch? Nein, wir haben verloren. Oh, die Nervensegen-Katze hier, du. Können wir das Ganze nochmal machen? Mann, 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 Mann. Ja, wir sind schon mal. Erster. Es läuft, es läuft, es läuft. Wir sind noch Erster. Ja, 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 ja. Die Katze kämpft mit mir. Wir haben es geschafft, 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 geschafft. So. Habt ihr die Katze gehört? So, und wir fahren hier zum nächsten. Da vorne ist Geld, das nennen wir uns natürlich auch gleich. Und los geht's. Und los geht's. Und nochmal das Ganze. Und nochmal das Ganze. Oh, er hat ein bisschen mehr Power vor mir. Das schaffe ich nicht. Na, dat wird nichts. Da muss ich mir was einfallen lassen, da muss ich hinterher kommen, aber ganz, ganz gewaltig schnell. So, ich hoffe, ich komme jetzt so erst ans Ziel. Nach der dreisten Aktion hier gegen den Fahrer. Und wir haben gewonnen. So, und wir haben was bekommen. Ein Frontscheinwerfer, neue. Yay. 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 So, hier haben wir Geld, und zwar 200. Ein schöner Batzen. Und dann fahren wir zurück. Natürlich können wir die nächsten Rennen fahren. Wie vorhin erzählt, ähm, ich erzähle natürlich immer in der Vergangenheit. Ja, morgen, übermorgen, je nachdem, wie ich Glück und Laune habe, oder Glück habe, besser gesagt, kriege ich Borderlands 2. Ja, ja, ja. Ja, ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe heute, obwohl das Spiel noch gar nicht draußen ist, bei Pizza Meats, äh, schon gesehen, die haben das gezockt. Und ich dachte nur, was? Was geht, ey? Ich will auch. Aber, naja, ich muss warten. Naja. Das stört mich nicht. Hier haben wir nochmal 50 Euro, und da nochmal 50 Euro. Oh, da war ein Rennen. Das habe ich gar nicht gesehen. Und wir haben ein neues Dragon. Komm her. Komm her, Blocky. Komm her. Los geht's. Ja, der Wagen vor mir hat gute Power unter dem Arsch. Das merke ich gerade, er ist hier im Wechsel. Ganz klar. Das wird kein Sieg für mich hier. Das muss ich nochmal starten. Und nochmal. Heute ist echt nicht mein Tag, sehe ich gerade mit den ganzen Drag-Rennen. Und wir haben diesmal ein bisschen bessere Chancen, habe ich das Gefühl. Aber man soll nicht den Tag vor dem Abend loben. Knapp 300 Stundenkilometer haben wir auf dem Tacho. Und wir haben gewonnen. Ich bin nicht froh, wenn ich mal wieder alleine bin und alleine aufnehmen kann, ohne dass die Katze hier am Nerven ist. Da kriegt man ja Plack auf den INA. Okay. So. Einige haben schon gesehen, Crysis 2 ist abgebrochen. Aus unerklärlichen Dingen kann ich das nicht mehr installieren. Ich habe erfahren, dass sich der Code nur eine gewisse Anzahl installieren lässt. Ich habe das oft gespielt, das Spiel. Dementsprechend auch oft installiert, deinstalliert. Gerade weil ich den PC auch mal wieder neu gemacht habe und so weiter.